Hallo, wir wollen heute beginnen mit einem neuen Thema, einem Stoffkomplex, der uns einige Videos lang beschäftigen wird, nämlich mit der Logik in diesem Videokurs zum Thema Theoretische Informatik und Logik. Und ganz konkret soll es heute damit losgehen, dass wir uns eine kleine Einführung in die Prädikatenlogik anschauen. Das wird wirklich die allererste Einführung nur sein, mit ein bisschen Motivation, ein paar Allgemeinheiten und konkretere Dinge, Syntax und Semantik, kommen dann in den nächsten beiden Videos und dann werden wir auch ein bisschen technischer. Wir kommen zurück erstmal, vielleicht haben Sie auch die vorigen Videos sich schon angeschaut zum Thema Theoretische Informatik, Berechenbarkeit, Komplexität. Das wird uns vielleicht auch einige Male noch begegnen jetzt, weil auch in der Logik viel gerechnet wird. Aber zunächst einmal beginnen wir rein logisch und das lässt sich auch ganz gut unabhängig von diesen Videos ansehen. Das hier ist ein Videokurs zum Thema Theoretische Informatik und Logik an der TU Dresden und mein Name ist Markus Krötzsch. Gut, wir wollen also mit der Logik beginnen und wenn wir uns fragen, wie beginnt man mit der Logik, dann kann man auch gleich fragen, wo beginnt eigentlich die Logik. Und wenn man so fragt, kommt man ganz schnell ganz weit zurück über 2000 Jahre zu den alten Griechen, nämlich wo uns von Aristoteles überliefert ist, die allerersten logischen Schlüsse angewandt zu haben oder zumindest formal mehr oder weniger formal aufgeschrieben zu haben, um zum Beispiel solche Schlussfolgerungen hier zu ziehen, wie auf dieser Folie. Alle Menschen sind sterblich, ist ein wahrer Satz. Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich. So sprach Aristoteles und er hatte recht damit. Aber die wesentliche Grundidee dabei war natürlich nicht das, was hier einfach aufgeschrieben ist, zu belegen, sondern allgemein zu argumentieren, dass man mit solchen logischen Schlüssen folgerichtig denken kann. Das heißt, dass man in Diskussionen und Streitgesprächen, die die Griechen ja auch schon gern und viel geführt haben, sich an bestimmte Grundregeln halten sollte. Denn unterschiedlicher Meinung kann man sein, aber wenn man bestimmte Meinungen hat, dann sollte man auch das, was logisch aus diesen Meinungen folgt, akzeptieren. Und das war also die Motivation der Philosophen, sich mit Logik zu beschäftigen, nicht nur im alten Griechenland, sondern noch viele Generationen danach, weil sie natürlich das Streiten zu ihrem Beruf erhoben haben und dabei sicher sein wollen, dass auch bei unterschiedlichen Voraussetzungen und unterschiedlichen Annahmen man doch zumindest an der Stelle, wo es darum geht, Schlüsse zu ziehen, sich einig sein kann, was aus so einem Schluss folgt. Und tatsächlich eine der wichtigen Methoden in der Philosophie, um darüber zu diskutieren, ob eine bestimmte Sichtweise, eine bestimmte philosophische Konzeption oder Theorie valide ist, ist es zu prüfen, ob das, was aus diesen Annahmen folgen würde oder aus dieser Sicht folgen würde, wenigstens in sich vernünftig ist und Dinge zur Folge hat, die wir an sich auch vernünftig finden. Und naja, gut, das Vorgehen in der Philosophie basiert dann oft darauf, dass man das Gegenteil tut, dass man also versucht zu zeigen, dass das, was jemand anders gesagt hat, zu unerwarteten oder unvernünftigen Dingen führt, wie eigentlich fast alles, wenn man nur lang genug nach entsprechenden Fällen tut. Aber das ist ein anderes Thema und Sie können sich jetzt zurecht fragen, ja, was hat das alles mit Informatik zu tun? Ja, wir sind doch keine Philosophen, um vielleicht auch nicht schlecht ein bisschen Philosophie sich anzuschauen, aber erstmal soll es hier natürlich um die Informatik gehen und Sie fragen also, wozu das Ganze? Wozu lehrt man InformatikerInnen Logik? Da hatte ich Ihnen schon einmal in einem vorigen Video eine Reihe von Gründen in etwas größerer Ausführlichkeit dargelegt. Hier nochmal die Zusammenfassung für diejenigen, die das Video nicht kennen oder die es vergessen haben. Auch das soll ja manchmal vorkommen. Wir haben eine ganze Reihe von Anwendungen in der Informatik, in denen Logik eine Rolle spielt. Natürlich wissen wir, Logik selbst ist immer nah an der Informatik, logische Schaltungen, Logik im Software-Sinne ist auch allgegenwärtig. Aber es gibt auch ganz konkrete Anwendungen von mathematischer Logik, also Logik in dem Sinne, wie ich sie hier in den Videos auch darstellen werde, wo man auch ein paar theoretische Hintergründe von der Logik verwenden kann und trotzdem praktische Dinge damit macht. Zum Beispiel Software-Verifikation, wo wir Logik oft verwenden als eine abstrakte Spezifikationssprache, quasi eine Abstraktion von konkretem Programmcode, eine Vereinfachung von Dingen, die da passieren können. Gut, der Programmcode, das kann auch eher vielleicht durch ein Transitionssystem dargestellt werden, aber die Eigenschaften, die diese Programme haben sollen, die werden logisch modelliert. KI, gut, ist ein weites Feld allgemein. Natürlich, wenn ich nur mir vorstelle, was heißt Intelligenz, dann ist natürlich Logik irgendwie nicht weit davon, auch wenn wir wissen, dass leider nicht alle, die intelligent sind, auch logisch schließen. Aber trotzdem ist es allgemein hin akzeptiert, dass wir das zumindest von Computern, die intelligent erscheinen wollen, erwarten, dass sie also logisch funktionieren. Und das hat ganz viele verschiedene Arten der Anwendung und der Nutzbarkeit, wenn es darum geht, intelligent. Systeme zu konstruieren. Optimierung ist ein anderes Feld, wo viel logisch geschlossen wird, weil man eben durch logische Beschreibungen darstellen kann, wie eine Lösung für ein Problem überhaupt aussieht, was da zulässig sein könnte. Und dann kann man in dem so spezifizierten Raum von Lösungen nach einer suchen, die bestmögliche Eigenschaften hat in irgendeinem Sinne. Das ist dann ein Optimierungsproblem. Datenverwaltung. Die Datenbanken haben tatsächlich einen starken logischen Kern. Da gibt es eine Menge darüber zu sagen. Ich werde auch in den Videos ein bisschen was dazu sagen. Anfragesprachen zum Beispiel für Datenbanken lassen sich als logische Formeln verstehen und auch zu einem gewissen Teil so implementieren. Und dadurch kann man auch einiges verstehen und erkennen zum Thema Datenbanken. Und zu guter Letzt die Wissensrepräsentation als ein Teilgebieter-KI, bei dem es darum geht, menschliches Wissen in irgendeiner Form darzustellen, in Form von Regeln, Taxonomien, Ontologien. Denken Sie auch an große Projekte zur Wissenssammlung, ja, Vigidata zum Beispiel, wo wir irgendwie uns überlegen müssen, in welchen Strukturen wollen wir Wissen darstellen und was bedeuten diese Strukturen. Und in gewissem Sinne schwingt da immer auch ein bisschen Logik bei mit. Je nachdem, wie man es genau anstellt, mehr oder weniger. Aber es ist jedenfalls nicht schlecht, den Bezug herzustellen. Okay, also eine Reihe von Anwendungen und es gibt sicherlich noch mehr Stellen. Es ist auch nicht schlecht, wenn man ein gutes Verständnis von diesen formalen Abläufen hat, weil sie eben auch auf mathematischer Ebene an vielen Stellen enge Bezüge haben mit Dingen, die wir im Programmieren in der Informatik tun. Also das würde ich mal ganz abstrakt sagen. Auch wenn wir nicht konkret die Logik anwenden, ist es tatsächlich so, dass das Problemlösen in der Logik oft sich sehr ähnelt mit Problemlösen in anderen algorithmischen Kontexten. Also man sucht zum Beispiel in einem großen Lösungsraum nach einer guten Lösung. Sie wissen schon, wir hatten bisher Logik gesprochen in Form von Aussagenlogik und das dann in Zusammenhang gebracht mit der Komplexitätsklasse NP, die für allerhand schwere Suchprobleme steht, die man in der Praxis häufig antrifft. Also so eine logische Formel auszuwerten, wenn Sie so wollen, entspricht es dem Lösen eines Problems, wie man es vielleicht häufig auch antrifft kann. Okay, also da auch irgendwie auf algorithmischer Ebene gibt es da so eine Verbindung, die mehr oder weniger explizit ist in den einzelnen Teilen. Okay, Aussagenlogik hatte ich erwähnt. Wir hatten also über Aussagenlogik schon in einem früheren Video gesprochen. Das möchte ich jetzt hier nicht nochmal von Grunde wiederholen. Ich vermute, Sie haben das so schon von Aussagenlogik gehört, wenn Sie Informatik studieren, auch wenn Sie das Video nicht gesehen haben. Wir hatten eine bestimmte Art und Weise verwendet, um Aussagenlogik darzustellen und die möchte ich hier noch kurz in Erinnerung rufen, weil es gibt in der Logik tatsächlich eine ganze Menge verschiedener Ansätze, wie man die Logik darstellt. Also das ist auch erstaunlich uneinheitlich, muss man sagen, wenn man sich Lehrbücher anschaut zum Beispiel, schon angefangen mit der Notation der einfachsten Zeichen, hat man sich irgendwie in den Jahrzehnten, die zu dem Thema schon praktisch gearbeitet wird, nicht auf eine ganz einheitliche Notation einigen können. Was wir verwenden, sieht so aus. Wir haben die Formelzeichen für Negation, Konjunktion, Disjunktion, Implikation und Äquivalenz eingeführt. Wie gesagt, je nachdem, wo Sie nachschauen, sehen Sie teilweise auch andere Zeichen. Ich glaube, die hier sind schon inzwischen die gängigsten. Und wir hatten gesagt, die Syntax der Aussagenlogik, das ist die Sprache, in der wir Formeln in dieser Logik ausschreiben. Und zu dieser Syntax gehören eben diese Symbole. Es gehören aber auch aussagenlogische Atome, habe ich sie genannt dazu. Die nennt man auch manchmal Propositionen oder aussagenlogische Variable. Und über diesen atomaren Formeln, die wir meistens nur mit einfachen Kleinbuchstaben darstellen, kann man dann Formeln konstruieren, indem man diese Operationen verwendet und entsprechende Klammern setzt. Und alles, was man auf diese Art beschreiben kann und nichts weiter, nennt man eine aussagenlogische Formel. Das ist alles, was man beschreiben kann und nichts weiter. Das ist das, was man oft meint, wenn man schreibt, die Menge dieser Formeln ist induktiv definiert. Man fängt mit den kleinsten Teilen an und baut dann aus denen immer größere Formeln zusammen. Und nur das und genau das, was auf dieser Art entstehen kann, das soll als Formel gelten. Sie merken schon an der Stelle, und das werden wir auch bei der Prädikatenlogik noch merken, dass, wenn man eine formale Logik betrachtet, studiert als Gebiet an sich, man oft sehr pingelig ist bei der Unterscheidung von Syntax und Semantik. Logik, das ist die zwei großen Hälften einer jeden Logik. Und wir werden darüber noch zu sprechen haben, wie die Zusammenhänge und wie es allgemein aussieht. Und die Syntax, das ist eben die rein syntaktische Darstellung, die Sprache, mit der wir logische Formeln ausdrücken. Die Semantik dagegen, die verweist auf die Bedeutung der Logik, die gibt in irgendeiner Weise an, ob die Logik am Ende, ob zum Beispiel eine Formel wahr oder falsch ist. Und beides wird gern, wenn man Logik praktisch verwendet, gerade in der Mathematik, wenn man sie als Kurzschreibweise verwendet, weil man und und oder oder für alle oder impliziert zu lang findet als Wörter, dann werden diese Dinge gern vermischt. Also gerade in der Mathematik, wenn ich so etwas wie ein Implikationszeichen mit einem Satz verwende, weil ich eben impliziert zu lang finde, dann ist das natürlich keine formale Sprache, die ich da verwende. Das ist keine, da schreibe ich keine logische Formel auf, sondern ich benutze einfach bloß einen Pfeil als Kurzschreibweise für einen deutschen Satz. Und das führt zu einer relativ informellen Verwendung dieser Symbole in vielen Teilen, auch in der Informatik. Und wenn man jetzt anfängt, über Logik aber nachzudenken, muss man sich ein bisschen davor hüten, das allzu informell zu betreiben, weil in dem Moment, wo man Logik studiert und als eigenes Themengebiet auffasst, ist Logik eher wie eine Programmiersprache. Wir haben einen bestimmten Programmcode, stellen wir vor Java oder Rust oder Python oder was auch immer Sie gerne machen. Und da haben wir bestimmte Zeichen in der Datei und das ist die Syntax und die Abarbeitung, die Interpretation, die kompilierte Version davon, das gibt uns die Semantik dieses Programms. Und natürlich, wenn Sie Compiler bauen wollen zum Beispiel, dann werden Sie ganz pingelig unterscheiden, ob etwas nur syntaktisch in der Datei steht oder ob das auf einen bestimmten Maschinenbefehl übersetzt wird, wenn Sie es kompilieren. Das würden Sie nicht vermischen. Nur weil, selbst wenn es ein Zeichen gibt, was direkt den Maschinenbefehl kodiert, werden Sie nicht das irgendwie gleichsetzen, sondern Sie werden immer unterscheiden zwischen einem Glyph in der Liste von Unicode-Glyphs, die eine bestimmte Datei enthält und dem, was Sie damit meinen, was der Compiler daraus macht. Und genauso ist in der Logik, auch da unterscheiden wir das, aber wir müssen eben aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr an die oft schon zur Gewohnheit gewordene Verwendung dieser Zeichen mitten im deutschen Satz dann gewöhnen. Und ich werde auch, wenn ich Logik mache und auch in allen anderen Teilen dieser Vorlesung, weil ich weiß, dass auch Logik kommt, mich davor hüten, logische Zeichen mitten im Satz zu verwenden, damit ich sie nicht verwirre. Also wenn ich eine Implikation schreibe, dann ist das immer ein Teil von der Formel. Das nehmen wir rein syntaktisch an, damit wir das eben nicht vermischen. So viel länger ist es auch nicht, wenn man den Satz ausschreibt. Was man auch machen kann, wenn man gar nicht auf Implikationen zum Beispiel verzichten kann, weil die so praktisch sind, es gibt noch mehr Pfeile. Es gibt auch zum Beispiel Pfeile mit doppeltem Schaft, der so aussieht wie ein Gleichheitszeichen. Das kann man auch machen. Dann hat man noch eine andere Art Pfeil. Vielleicht will man die für die Abkürzung nehmen. Okay. Brauchen wir auch nicht. Alles klar. Das ist also die Syntax der Aussagenlogik. Zeichenketten, bestehend aus verschiedenen Symbolen, Klammerzeichen und verschiedenen Operatorenzeichen und den Propositionen, die irgendwie kodiert werden. Und bestimmte Strings über diesen Symbolen nennt man Formeln. Okay. Zu weit, zu einfach. Dann hatte ich darüber gesprochen, wie die Semantik der Aussagenlogik definiert wird. Und das möchte ich hier auch nochmal wiederholen. Einerseits, um es in Erinnerung zu rufen. Andererseits, um Ihnen auch zu zeigen, wie man sowas definiert hat. Um auch zu erinnern, wie ich die Definition überhaupt aufgeschrieben hatte. Denn das ist hier mindestens genauso wichtig, weil ich weiß, als Studierender, Studierender wird man leicht verwirrt von allzu rekursiven Darstellungen. Und das hier ist sicherlich eine davon, die dieses Potenzial hat. Okay. Also schauen wir uns mal an, was hier steht und verstehen zusammen, was das bedeutet. Es ging hier also darum, zu beschreiben, was eine aussagenlogische Formel bedeutet. Und die Bedeutung einer aussagenlogischen Formel ist letztlich, dass sie eine Zuweisung von Eingaben in Form von Wahrheitswerten, wahr oder falsch, 1 oder 0, die man für jede einzelne Proposition, für jedes Atom wählen kann, dass sie so eine Zuweisung abbildet auf einen Gesamtwahrheitswert. Wenn ich für jede Proposition in der Formel weiß, ob sie wahr oder falsch ist, dann kann ich ausrechnen, ob die gesamte Formel dann wahr oder falsch ist. Das heißt mit anderen Worten, die Formel ist so etwas wie eine Abbildungsfunktion von einer bestimmten Anzahl an Wahrheitswerten auf einen neuen Wahrheitswert. Und so verwenden wir Formeln ja auch gern und viel in der Informatik, ja auch in der technischen Informatik, wenn wir uns dort mit logischen Formeln beschäftigen, dann meistens, weil wir uns für Schaltungen interessieren und also überlegen, wie verhält sich der Input zum Output. Und viele auch technische Hardware-Komponenten, FPGAs zum Beispiel, sind letztlich ja nichts weiter als logische Formeln in Hardware gegossen, die man benutzen kann, um irgendwas auszurechnen. Okay, gut. Also das heißt, die Bedeutung der Formel ist die Funktion, die sie darstellt. Und ich kann jetzt viele verschiedene Formeln aufschreiben, die alle die gleiche Funktion kodieren. Das heißt, bei jedem, bei gleichen Inputs werden diese beiden verschieden aussehenden Formeln immer auch den gleichen Output haben. Und das ist praktisch relevant und das wurde tatsächlich als erstes als relevant erkannt im Schaltkreisbau. Also als man noch schon lange vor unseren heutigen Computern, als man angefangen hat, elektronische, elektrische Rechner zu bauen, hat man erkannt, dass Schaltkreise, logische Funktionen in Hardware Kosten verursachen, Wartungskosten, Herstellungskosten, Energiekosten vielleicht auch, Hitzeentwicklungskosten etc. Abhängig von ihrer Größe unter anderem. Das heißt also, man war bestrebt, eine Funktion, die man für einen Computer benötigt hat, mit möglichst wenigen Operationen, zu realisieren. Und da war man mitten in der Logik, weil das war eines der ersten schwierigen Probleme, was man noch, bevor die Komplexitätstheorie so richtig auf die Beine kam, in der Praxis angetroffen hat, dass man gemerkt hat, es wäre gut, wenn wir eine bestimmte logische Funktion minimieren könnten, also mit möglichst wenigen Funktionssymbolen, mit möglichst wenigen Operationen logisch darstellen könnten und das könnten wir dann entsprechend in Hardware gießen, mit der Technologie, wie die eben gerade angesagt ist, Röhren zum Beispiel oder Relais oder eben andere Dinge, die wir später dann kennengelernt haben. Also es ist wirklich schon ein altes Problem und das ist ein Problem, was man auf dem Papier lösen muss, ja, theoretisch, wenn Sie so wollen, optimierte Schaltung finden und dann kann man sie auch entsprechend bauen. Okay, also Bedeutung einer Formel ist die Funktion, die sie darstellt. Als Wahrheitswerte-Funktion, wir wissen, solche Funktionen können wir zum Beispiel auch mit Wahrheitswertetabellen darstellen. Einfach für jede Kombination an Funktionseingabewerten den Ausgabewert. Okay, eine Menge Wiederholungen, das wissen Sie natürlich alles. So, was macht jetzt diese Folie? Was steht hier? Hier steht geschrieben, wie man denn von den einzelnen Wahrheitswerten der Propositionen, wenn man diese Eingaben vorliegen hat und die Formel F gegeben ist, zu der Ausgabe kommt, die die Formel F berechnet. Das muss ja irgendwie definiert sein und das ist letztlich, das ist der Kern der Logik, das zu definieren, was machen diese Operationen eigentlich alle mit den Wahrheitswerten. Und um das zu definieren, habe ich hier eine Tabelle, die definiert für zwei Fälle Bedingungen. Weil die gegenseitig rekursiv sind, definiere ich die gleichzeitig. In der ersten Spalte sehen Sie die Form der Formel F. Es gibt verschiedene Formen, die so eine Formel haben kann, je nachdem, was der äußerste Operator ist. Und dann habe ich eine Spalte, da steht da, unter welchen Bedingungen wird die Wahrheitswertezuweisung W, die Formel F erfüllen? Oder mit anderen Worten, wann wird F auf 1 abgebildet, auf W? Das steht in der ersten Spalte. Und in der zweiten Spalte, komplementär dazu, hier steht nochmal, unter welchen Bedingungen die Wahrheitswertefunktion F falsch macht. Also nicht erfüllt, durchgestrichenes Zeichen hier. oder auch auf 0 abbildet, könnte man sagen. Wenn F ein Atom ist, eine Proposition, also F ist Element dieser Proposition, dann ist das ganz leicht. Ich schaue mir einfach an, welchen Wert die Proposition hat. Das ist sozusagen eine Eingabe, eine direkte Ausgabe. Wenn die Wahrheitswertefunktion hier 1 hat, dann erfüllt sie die Formel, ansonsten nicht. Wenn die Formel eine negierte Formel ist, und jetzt wird es rekursiv, jetzt habe ich hier also ein G, und das G kann wieder was Kompliziertes sein. Das muss nicht einfach eine Proposition sein, es kann eine andere Formel sein. Wenn ich also so eine Situation habe und wissen möchte, ob W diese Formel, die negierte Formel erfüllt, dann muss ich lediglich prüfen, ob W die nicht negierte innere Formel nicht erfüllt. Ich sage also gegenseitig rekursiv. Jetzt muss ich also, abhängig von der Form von G, muss ich jetzt in dieser Spalte hier nachschauen, wie es weitergeht. Und umgekehrt ist es genauso. Sie sehen, die zweite Spalte, die könnte ich auch weglassen. Das ist nur nochmal, um es ganz deutlich zu machen, wie die Bedingung negiert aussieht. Das könnte man sich auch überlegen. Okay. G1 und G2, eine Konjunktion ist wahr, wenn beide Dinge, Teile erfüllt sind, oder falsch, wenn eines davon nicht erfüllt ist. Disjunktionen werden wahr, wenn eine der beiden Teilformeln erfüllt ist, und falsch, wenn beide nicht erfüllt sind. Implikationen werden wahr, wenn entweder die Prämisse nicht gilt oder die Konklusion gilt. Insbesondere folgt aus falschen Dingen alles und alles impliziert wahre Dinge. Also es muss nur eine Seite wahr sein. Das ist manchmal unintuitiv und manchmal nicht. Je nachdem, wie man die Frage stellt, haben Psychologen und Kognitionswissenschaftler herausgefunden. Ich glaube aber, die meisten Informatiker innen kriegen das ganz gut hin. Okay, das ist die Bedeutung von Implikationen. Und die Negation davon ist, die Prämisse stimmt und die Konklusion stimmt nicht. Also die Vorbedingung ist wahr und trotzdem ist die Konklusion falsch, dann kann keine Implikation gehen. Und Äquivalenz, das heißt einfach, entweder sind beide wahr oder beide sind falsch. Und das Gegenteil davon ist, entweder das eine ist wahr und das andere falsch oder das andere ist, das eine ist falsch und das andere ist wahr. Okay. Und auf dieser Art habe ich also rekursiv alle Fälle abgedeckt und jede Formel kann ich jetzt entsprechend dieser Tabelle interpretieren und rekursiv natürlich für die Gs, die hier vorkommen, immer wieder weiter in die entsprechende Zeile gehen, um zu schauen, was kommt hier raus. Das ist also, wenn Sie so wollen, eine rekursiv definierte Funktion, könnten Sie auch in einem beliebigen Programm umsetzen und auf dieser Art würden Sie jeweils einen Wahrheitswert haben. Okay, gut. So machen wir das und ich werde genau die gleiche Art der Darstellung wählen, wenn ich es dann mit Prädikatenlogik nochmal erkläre. Okay, gut. Also Sie erinnern sich, was Aussagenlogik war, aber Sie erinnern sich vor allem auch daran, wie ich die Aussagenlogik dargestellt hatte. Das ist die Art von Notation, die wir hier antreffen werden. Das hilft schon viel, wenn man die Notation sich merkt, weil dann kann man Dinge auf Anhieb verstehen und es ist viel einfacher, wenn man die Sprache spricht, in der Dinge erklärt werden. Okay, jetzt aber zurück zum etwas informelleren und etwas entspannteren Teil vielleicht für diese Einleitung der Prädikatenlogik. Wir wollen also jetzt von der Aussagenlogik weiterkommen in Richtung Prädikatenlogik und das Entscheidende bei der Prädikatenlogik sind die Prädikate, wie man sich schon denken kann und diese werden benutzt, um den Aussagen der Aussagenlogik eine innere Struktur zu geben. Und wie das genau aussieht, das können Sie hier am Beispiel sehen. Ich könnte in der Aussagenlogik eine Aussage haben, die zum Beispiel ausdrückt, Sokrates ist ein Mensch. Aber ich kann nicht wirklich sehr viel Struktur in diese Aussage packen, um genau zu sein, gar keine. Ich kann einfach nur sagen, es gibt diese Aussage und die kann jetzt wahr oder falsch sein. Ist okay, stimmt ja auch irgendwie in der zweiwertigen Logik zumindest. Ja, wir können, dass es entweder wahr oder falsch ist. Und das müsste ich dann irgendwie darstellen durch ein Propositionssymbol. Ich könnte mir hier so tiefgestellt dazu schreiben, Sokrates ist ein Mensch, um es um zu erinnern, was ich damit gemeint habe. Aber für die Logik ist es alles egal. Ich könnte auch einfach P schreiben oder A oder B. Das wären auch einfach Propositionen. Und damit kann ich diese Aussage formulieren. In der Prädikatenlogik hingegen wird dieses einfache Symbol hier, was einfach nur irgendwie benannt ist, zu einer strukturierten kleinen Teilformel. Ich nenne das immer noch ein Atom, aber jetzt hat dieses Atom eine andere Form. Ich schreibe, ist Mensch, gilt für Sokrates. Also wir stellen uns das, können Sie sich vorstellen wie eine bursche Funktion. Ist Mensch ist die Funktion und Sokrates ist der Parameter und das Ganze kann mir jetzt wahr oder falsch zurückliefern. Je nachdem, ob Sokrates eben ein Mensch ist oder nicht. Die beiden Möglichkeiten hatte ich vorher schon, aber was hier fehlt, ist eben die Trennung von der Eigenschaft, nämlich ein Mensch zu sein, vom Ding, auf das sich die Eigenschaft bezieht, nämlich in dem Fall die Konstante Sokrates. Auch hier sehen wir natürlich, auch in dieser Darstellung, endet die Struktur der Logik auf dieser Ebene. Also ist Mensch, ist immer noch einfach ein Bezeichner. Ich könnte es auch p nennen. Das ist nur für mich als Mensch, dass ich das erinnere, was ich hier gemeint habe und ebenso Sokrates. Das ist einfach irgendeine Konstante, mit der ich Sokrates darstellen möchte. Aber für die Logik ist es völlig egal, wie ich das nenne. Aber trotzdem habe ich hier zwei Teile und die stehen in Beziehung zueinander. Das ist eine Struktur. Okay, also das heißt, die atomaren Aussagen der Prädikatenlogik sind jetzt besser untergliedert, besser strukturiert und dadurch können wir zum Beispiel angeben, dass mehrere Dinge die gleiche Eigenschaft haben. Ich kann schreiben, ist Mensch Sokrates, ist Mensch Emilia, ist Mensch Anton. Diese Aussagen kann ich machen. Das wären in der Aussagenlogik drei unterschiedliche und völlig voneinander unabhängige Aussagen gewesen. Während ich hier jetzt sagen kann, das sind für drei verschiedene Konstanten die Aussagen über das gleiche Prädikat, ist Mensch. Okay, und durch diese neue Struktur habe ich jetzt die Möglichkeit, über Elemente, das, was ich hier mit Konstanten darstelle, zu quantifizieren. Nämlich also über die Dinge, die eine Eigenschaft haben. Und dafür gibt es zwei Quantoren, die haben Sie sicherlich auch schon mal gesehen, zum Beispiel in der Mathematik, wo man sich gern das als Kurzschreibweise hernimmt. Existenzquantoren, das sind die umgekehrten Es. Mindestens ein Ding hat die Eigenschaft. Also es gibt etwas, was die Eigenschaft hat. Alle Quantoren, umgekehrte As, alle Dinge haben die Eigenschaft. Es hat übrigens ein Stück gedauert, bis die Logik diese Syntax hatte. Ja, ich habe mich beschwert darüber, dass auch heute noch die Logik keiner immer ganz einheitliche Syntax verwendet in verschiedenen Büchern und Texten und verschiedenen Teil-Communities, auch teilweise, die das benutzen. Aber es war noch viel schlimmer. Also vor 150 Jahren oder in diesen Zeiten, als die formale Logik so richtig in Schwung kam, da war das alles noch nicht so einheitlich wie heute. Also gerade die Alquantoren wurden relativ spät erfunden. Man hat in vielen Arbeiten einfach nichts geschrieben an dieser Stelle und hat die Dinge, wo nichts stand, als universell angenommen. Also es gab noch ganz andere seltsame Arten, Formeln syntaktisch auszudrücken, die wir zum Glück heute nicht mehr berücksichtigen müssen. Also auch das war ein langer Weg, ja, selbst diese einfachen Dinge, die Sie vielleicht schon hundertmal gesehen haben. Okay, Aussagen zur Prädikatenlogik. Das Wichtigste ist, die Aussage selbst, das unterste Glied in unserer Formel bekommt Struktur. Wie genau die aussehen kann, das werde ich noch näher erklären. Okay, jetzt können wir damit Beispiele machen. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Formeln zu schreiben. Also ich mache jetzt erstmal aus, Prädikatenlogik am Beispiel hier. Die genaue Syntax werde ich Ihnen noch definieren im nächsten Video. Am Beispiel kann ich zum Beispiel sagen, jeder Mensch ist sterblich als eine Aussage, so wie wir sie am Anfang gesehen haben, indem ich schreibe, für alle x gilt, also für jede mögliche Belegung, dass der Variable x gilt. Wenn ist Mensch für x gilt, dann folgt das auch ist sterblich für x gilt. Alle Menschen sind sterblich. Und das ist eben etwas mit diesen Variablen hier, was ich so in der Propositionallogik nicht habe. Das kann ich nicht machen. Ich habe keine Variablen. Es ist auch der Grund, warum ich den Begriff Variable bei den propositionalen Atomen vermieden habe. Ich fand das als Student während meiner eigenen Studienzeit immer relativ verwirrend, dass man in der Aussagenlogik von Variablen gesprochen hat und anschließend in die Prädikatenlogik gegangen ist und da kamen wieder Variablen vor, nur dass die auf einer ganz anderen Ebene bestehen und nichts mit Wahrheitswerten zu tun haben. Also deshalb aussagenlogische Propositionen nenne ich gleich Atome und prädikatenlogische Atome enthalten dann im Inneren manchmal Variablen. Was können wir noch mit der Prädikatenlogik machen? Naja, wir können verschiedene Dinge darstellen. Zum Beispiel könnte ich mir den Satz anschauen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch hier brauche ich natürlich wieder irgendwelche Prädikate, die ich hier ad hoc irgendwie erfinde und muss die dann in Beziehung setzen, um das Richtige auszudrücken. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Was könnte das bedeuten? Ich habe hier mal vier Versionen, vier verschiedene Formeln und Sie dürfen sich gern überlegen, welche davon das richtig ausdrückt. Sie dürfen gern mal anhalten, wenn Sie in Ruhe darüber nachdenken würden. Ich gehe jetzt mal da rein nach durch und bespreche die. A. Für alle X gilt, glänzt X und nicht ist Gold X. Also ist klar, glänzen und ist Gold, das sind die beiden Prädikate, die hier in dem Satz vorkommen. Und glänzt X heißt X glänzt und ist Gold X heißt X ist Gold. Okay, was heißt das also hier? Ja, X glänzt und ist nicht Gold. Und das soll für alle X gelten. Mit anderen Worten, ich schreibe hier, alle Dinge glänzen und sind nicht Gold. Das ist nicht wirklich die Bedeutung dieser Aussage. Ja, also das ist nicht korrekt. B. Für alle X glänzt X impliziert nicht ist Gold X. Was heißt das? Naja, für alle X, wenn X glänzt, dann ist X kein Gold. Also alles, was glänzt, ist kein Gold. Das wollten wir eigentlich auch nicht sagen. Ja, wir wollten sagen, nicht alles, was glänzt, ist Gold, aber nicht unbedingt. Alles, was glänzt, ist kein Gold. Das ist was anderes. Also Sie sehen auch, die Reihenfolge von Negationen oder von logischen Operatoren und Quantoren auch in der Sprache hat Bedeutung. Ja, also wenn ich einfach nur ein paar Wörtchen vertausche oder etwas nach draußen ziehe, dann ändert sich die Bedeutung des Satzes ebenso wie der Formel. C. Nicht für alle X glänzt X impliziert ist Gold X. Okay, das ist jetzt geschachtelt. Die innere Formel sagt, für alle X glänzt X impliziert nicht Gold X. Das bedeutet, alles, was glänzt, ist auch Gold. Wenn es glänzt, ist es Gold. Das heißt, alles, was glänzt, ist Gold und das negiere ich. Das heißt, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das klingt gut. Das ist das, was wir sagen wollen. Und D folgt noch. Es existiert ein X, so das gilt, glänzt X und nicht ist Gold X. Es gibt etwas, was glänzt und nicht Gold ist. Ist das das Gleiche? Ist das nicht das Gleiche? Es ist das Gleiche. Ja, also es ist nicht alles Gold, was glänzt, bedeutet, es gibt etwas glänzendes, das kein Gold ist. Okay, also das heißt, C und D sind beide richtig, sie sind tatsächlich äquivalent, aber man müsste jetzt logische Umformungen bemühen oder andere Verfahren, um zu sehen, warum das so ist. Wir sehen also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, syntaktisch das Gleiche auszudrücken, wie ich schon sagte. Natürlich, so soll es sein. Okay, das ist also noch ein informelles Beispiel. Hier habe ich noch ein etwas mathematischeres, was aber auch Ihnen sicherlich schon irgendwie in dieser oder ähnlicher Form begegnet ist. Ich möchte ausdrücken, 0 ist eine natürliche Zahl und jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger, der ebenfalls eine natürliche Zahl ist. Wie könnte ich das darstellen? Natnum ist mein Prädikat für natürliche Zahlen und ich nehme 0 als einfach eine Konstante, die für die 0 stehen soll. Ich sage also, es gibt etwas, das heißt 0 und ist eine natürliche Zahl, Natnum von 0 und für alle x gilt, eigentlich steht ja hier für jede natürliche Zahl gilt etwas. Ich schreibe hier für alle x. Das sind ja nicht nur natürliche Zahlen. Wie kann ich also die Aussage auf natürliche Zahlen beschränken? Ich muss anfangen mit, ich muss es als Implikation ausdrücken und schreiben, alle Dinge, wenn sie natürliche Zahlen sind, dann haben sie folgende Eigenschaft. So habe ich es hier oben auch gemacht. Ja, alle Dinge, wenn sie glänzen, sind sie Gold. Also die glänzenden Dinge sind Gold. Was die anderen Dinge sind, ist mir egal. So kann ich also ein Alquantor abschwächen, indem ich eine Implikation darunter packe. Dann gilt er nur für die Dinge, die die Prämisse erfüllen. Oder gilt dieser Teil nur zwangsläufig für die Dinge, die die Prämisse erfüllen. Okay, was also hier steht, ist für alle x gilt, wenn sie natürliche Zahlen sind, dann gibt es ein y, sodass x den Nachfolger y hat und y auch wieder eine natürliche Zahl ist. Das heißt, für jede Zahl gibt es auch einen Nachfolger. Also was das ist, ist mir eigentlich egal. An der Stelle, ich sage nur, es muss ein neues Element sein oder es muss ein Element sein, ein y. Ich sage nicht mal, dass es ein neues oder anderes Element sein muss. Ich sage einfach nur, es gibt ein Element y, das als Nachfolger in der Nachfolgerrelation steht und ebenfalls die natürliche Zahl ist. Okay. Dadurch habe ich was ausgesagt. Habe ich dadurch die natürlichen Zahlen abschließend beschrieben? Ja oder nein? Ja, kann man sich nicht so leicht überlegen. Es ist, aber vielleicht ahnen Sie, dass es noch mehr Dinge gibt, die man über natürliche Zahlen sagen muss, damit man sie wirklich komplett beschreibt, dass es diese Formel noch nicht tut. Okay, das also ein paar Beispiele. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch Ihnen eine kleine Logelei präsentieren. Von dieser Art werde ich häufiger mal welche in diese Videos einflechten und Sie können die intuitiv lösen oder vielleicht später auch mit Hilfe der Methoden, die wir hier zum Thema Logik kennenlernen. Was sind Logeleien? Naja, Logikrätsel. In einem entlegenen Inselreich gibt es zwei Arten von Menschen. Also, okay. Wir akzeptieren das mal so. diesen Rahmen, der hier gegeben wird. Ich werde auf Inseln bleiben bei diesen Logeleien. Es gibt also zwei Arten von Menschen. Den einen Typ B, das sind die Menschen, die stets die Wahrheit sagen, und der andere Typ L, das sind die Menschen, die immer lügen. Diese Vorbedingungen gebe ich hier. Das ist also gesagt. Und jetzt kann ich Rätsel aufstellen. zum Beispiel, also wir besuchen jetzt einige der Insel und fragen dort lebende Menschen nach dem Typ der Bewohner. Also, was für Leute leben hier? Es gibt bekannterweise diese zwei. Auf Insel A antwortet jeder der Bewohner, wir sind hier alle vom gleichen Typ. Frage, stimmt das? Und wenn ja, von welchem Typ sind sie? Können Sie mal darüber nachdenken. Auf Insel B antwortet jeder der Bewohner, hier gibt es einige vom Typ B und einige vom Typ L. Was können wir jetzt wissen? Okay. Gut, so funktionieren Loggeleien. Vielleicht löse ich später auch mal auf. Denken Sie mal darüber nach, ob Sie das rauskriegen. Ich denke, es ist nicht so schwer. Machen Sie mal. Denken Sie darüber nach, welche Möglichkeiten es gäbe, wie die Inseln jeweils bevölkert sein könnten und ob dann die Aussagen zu dieser Hypothese passen. Okay. Das also die Loggeleien zum Schluss und das soll auch das Video hier gewesen sein. Ich hoffe, Sie sind hochmotiviert in der Prädikantenlogik weiterzugehen. Als nächstes werden wir uns mit der Syntax dieser Logik beschäftigen. Das ist nicht sehr schwer, aber muss man am Anfang mal gemacht haben. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. das ist nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. Vielen Dank.